Was ist das, dass du hier Abwechslung bist? Mein Empfinden ist, komm raus, hier hast du Abwechslung, bist du jeden Tag woanders. Also wir sind halt keine Riesenfirma wie andere, wie Strabag oder so. Ich war mal bei einer anderen Firma. Ich bin der Meinung, die können mit Paulus Zauber nicht mithalten. Jeder, der sich ein bisschen damit mal auseinandersetzt, weiß, dass der Straßenbau gut bezahlt ist. Ein gut bezahlter Beruf. Und das ist ein Beruf, der nicht ausstirbt. Das ist eine Sicherheit, die man hat. Urlaub gibt es auch. Wir haben 30 Tage Urlaub im Jahr. Alle verstehen sich untereinander. Und die sind hinter einem. Das ist cool. Dass der Lohn pünktlich kommt. Das muss man wirklich hoch an. Gerade im Bau ist das ja mit den Löhnen immer so fachlich. Aber das klappt hier wirklich. Da kann man eine Stoppuhr drauf stellen. Dass man Berlin kennenlernt, man ist mal in der Ecke, mal in der Ecke. Man ist nicht immer nur auf einer Stelle. Klar, wenn man gewillt ist draußen zu arbeiten, wenn man Lust hat aufs körperliche Arbeiten, würde ich sagen, klar, auf jeden Fall Straßenbauer ist ein guter Beruf. Er ist auf jeden Fall krisensicher. Also arbeiten wird es immer geben. Der Lkw-Führerschein wird auch bezahlt. Und so auch meine ganzen Kollegen sind wie Kumpels Familie geworden. Also macht einfach Spaß. Man kann hier rumalbern, ist fachlich und man hilft sich untereinander. Als erstes immer an der frischen Luft natürlich. Wenn Leistungen gemacht wird, wird auch Prämien gezahlt. Aber dafür verdient man auch Geld. Das ist ja gute Bezahlung. Also darf ich auf jeden Fall sagen, komm doch hierher.